Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SteamWirdDick2 Läufen wir da ganz nach unten? Aua, hör auf damit Ist klar, gönn dir Wir hätten uns das Ding holen sollen, macht auch nichts, ist okay Oh, mal ganz fix, dass die nur und Netzwanz holen sollen Dann hier mal kurz lang. Die Röhre, so heißt es. Ich verstehe. Naja, tue ich doch nicht. Ich gucke da oben lang. Von unten, aber hier muss ich von oben, okay, von da kommt man rein. Okay, cool. Da kommt man sogar knapp an der Kante lang. Okay, Lava. Okay, wir machen uns Damage. Nur wegen Silber, ja? Nur wegen Silber? Ist ja lächerlich. Hier haben wir trotzdem noch was. Kommen wir hier rein? Gar nicht. Oh, okay. Faszinierend. Kann man auch durch Dings durchlaufen, ist ja crazy, ey. Was es hier alles für Mechaniken gibt. Wollen wir mal ganz kurz nach oben. Speichern. Beide? So. Hm, 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 hm. Zwei Rädchen. Syncunium Wenigstens glittert ist Errungenschaft freigeschalten. Kann man die kaputt machen damit? Mal gucken. Komm man, nice. Dann haben wir wieder Wasser vorrat. Und eine neue Höhle. Knapp, würde ich sagen. Okay, macht da keinen Schaden. Lava schützen. Aha! Aber wie soll das denn gehen? Naja, der geht nur ganz kurz mit. Ich glaube die Höhle kann ich noch gar nicht erkunden. Ihr seid doof. Das muss ja noch sterben oder was? Ah! Ich verstehe. Cool, ey. Guck mal, geht's da weiter. Uh, Leben. Ich habe keinen Plan, wo ich hier lang laufe, Leute. Ich klappe einfach mal irgendwo lang. Ich klappe einfach mal irgendwo lang. Überhaupt nicht gefährlich oder so. Finde ich total gut. Ah, Alter. Ich glaube, ich sterbe, wenn ich, äh... Ich bin in die Lava-Falle. Oh Gott! Ich bin in die Lava-Falle. Meine Fresse, ey. Das war, glaube ich, noch nicht alles gewesen. Guck mal, jetzt oben ist auch noch was über mir. Jetzt nehme ich noch weiter hier hinten. Boah, Leute! Das ist geil, ey. Ich liebe das Game. Wirklich. Ein Fossil. Ist aber immer noch nicht alles, bin ich der Meinung. Wir speichern es trotzdem erstmal. Ich bin der Meinung, ganz links gäbe es... Warte, wir gucken. Doch, ist alles. Okay. Alter! Das war ja ultra heftig. Meine Fresse. Ähm. Komm ich da ran. Oh. Hi. Ich sehe schon. Oh. Oh. Ähm. Du, ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin. Na, gucken mal. Da links gibt es auch. Das ist... Hiermit verbunden. Ähm. Rechts ging es auch noch lang. Ähm. Und dann geht es auch noch lang. Es gibt so viele Wege. Wahnsinn, ey. Eure ich dafür und was? Wahrscheinlich für den Marsch. Richtig. Oh Gott. Alles gut. Oh. 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 Ach guck mal, die töten sich selber. Nice. Fail. Ähm, ja. Da kommt man, ja mal gucken, wie wir da rankommen. Ich hasse dich. Ah, das Spiel, man. Ich komme noch nicht mehr rum, weil da die komischen Metallplatten dran waren, glaube ich. Huch. Feuer. So, ob das gefährlich ist. Jetzt mal wieder ein bisschen Wasser holen. Boah, meine Güte. So viele, so viele Edelsteine. Das Portal der Gnade. Yay. Das ist ganz gut. Hier brauche ich gerade ein bisschen mehr. Es dauert länger, bis die Drehzeit nach dessen Gebrauch abnimmt. Ist auch nicht schlecht. Mehr Lichtkugeln, hm. Hm. Das hier mal ist nicht schlecht. Fügt jedem Gehner, der dem Nacken verletzt, Schaden zu. Wow. Krass, ey, weil wir hier schon sind. Weil es sind drei Höhlen, die alle nicht... Ach ja klar. Das ist auch noch eine Höhle. Vorderband. Ach so, ging gar nicht. Stimmt. Und... Und dann ist hier keine. Ja, wir können hinten noch nicht noch lang laufen. Klatsch. Ach stimmt. Das ging auch nicht. Ah, ok. Verstehe. Verstehe, dann kann man hier lang gucken. Oh ja, stärker geworden. Nicht schlecht. Kopf. Oder auch nicht. Ok, aber witzig. Platsch. Oh, der hat die Lava kaputt gemacht. Ist ja auch geil. Ich höre, dass das länger dauert, bis der... ...bis der aufhört, sich zu bewegen. Schnell gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, er kann gar nicht mehr tropfen. Da oben haben wir noch was. Da oben haben wir noch was. So wie ich wollte. Ich glaube, ich habe ja alle in der Stelle mitgenommen. Ich werde so ein bisschen was auch noch holen. kurz mal speichern mal. Und kurze kleine Pause machen sich auch schon. Da kann man noch ganz kurz. Bäm. Okay. Ähm. Ja, meine Freunde. Da würde ich sagen, ganz kurz eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von SteamWorldDick. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.